In der heutigen News-Folge geht es um Bahrain Grand Prix findet ohne Zuschauer statt Italien stellt Norden unter Quarantäne Red Bull und AlphaTauri treffen Vereinbarung für 2021 Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video Nachdem es am Samstag in Italien zu einem Beschluss kam, worüber ich gleich noch berichten werde, kam es in Bahrain zu einer schlechten Nachricht. Der große Preis von Bahrain findet dieses Jahr zwar statt, allerdings ohne Zuschauer. Das hat das Königshaus in Bahrain heute bekannt gegeben. In der offiziellen Erklärung wird es als Participant-Only-Event formuliert. Am Freitag kam es zu einem Verkaufsstoff von Tickets, worüber ich ja gestern berichtet habe. Der Bahrain Grand Prix wird aber live im TV übertragen. Der Veranstalter erklärte, dass die Sicherheit an oberster Stelle steht und meint, dass es enttäuschend für diejenigen ist, die eine Reise in die Wüste zum Grand Prix geplant hatten. Ob Medienvertreter in Bahrain zugelassen werden, ist derzeit noch unbekannt. Der Regierungschef von Italien, Giuseppe Conte, hat am Samstag einen Beschluss erlassen, dass große Teile von Norditalien unter Quarantäne gestellt werden. Dort gilt ein strenges Ein- bzw. Ausreiseverbot. Sollte es zu einem Bruch dieses Verbotes kommen, drohen bis zu drei Monaten Gefängnisstrafe. Folgende Provinzen sind betroffen. Modena, Lombardai und Venezien. In Modena ist Ferraris Hauptsitz, in Lombardai die Pirelli-Verwaltung und in Venezien der Sitz von Aprilia. Der Hauptsitz von AlphaTauri in Ravenna ist noch nicht betroffen. Was Ferrari angeht, bestätigte ein Sprecher, dass sie die Erlaubnis haben, in Australien einzureisen. Heute reist das Team an und morgen das Management. Die Teamlogistik steht in Kontakt mit den Behörden, um Änderungen zu bestätigen. Diejenigen, die für den Bau der Ferrari-Garage zuständig sind, sind bereits abgereist bzw. sind schon in Melbourne. Dort waren die Kontrollen nicht so streng, es kam nur zu einer Temperaturüberprüfung. Red Bull und AlphaTauri haben für 2021 eine Vereinbarung getroffen. In der Vergangenheit war es immer so, dass die Italiener drei Teile des Vorjahresfahrzeugs von Red Bull erhalten haben, nämlich Aufhängung, Getriebe und Hydraulik. Da aber 2021 die Regeländerungen kommen, sind die Teile nicht mehr nützlich. AlphaTauri wird für 2021 die Vorder- und Hinterradaufhängungen, das Getriebe und die Hydraulik von Red Bull erhalten und das im September diesen Jahres. Nach dem Termin können beide Teams ihre Komponenten bis zum Saisonstart im Februar individuell weiterentwickeln. Kommen wir zu Mikes Meinung. Es ist natürlich traurig für diejenigen, die eine Reise nach Bahrain geplant haben bzw. dort leben und zum Grand Prix wollten, aber immerhin findet der Bahrain Grand Prix statt. Schön zu hören, dass die Kontrollen in Australien nicht so streng waren bzw. dass es keine Vorfälle gab. Dass es zu einer Quarantäne gab, hat mich überrascht. Was haltet ihr davon? Sinnvoll oder übertrieben? 2021 haben die beiden Teams ja dann dieselben Teile, dann könnte ich mir vorstellen, dass AlphaTauri möglicherweise ein bisschen näher an Red Bull herankommen könnte. Wie seht ihr das Ganze? Möglich oder eher unmöglich? Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Felix Martin. Er fragt, wird es mit der Regeländerung ab 2021 immer noch DRS geben oder wird man wieder genug Geschwindigkeit aus dem Windschatten bekommen? PS, wie glaubst du, wird die Konstrukteurs-WM dieses Jahr aussehen? Stand jetzt wird es das DRS für nächstes Jahr noch geben. Zum Thema K-WM ist es schwer zu sagen. Ich warte erstmal die ersten Rennen ab, bevor ich eine Prognose wage. Es kann sein, dass Ferrari hinter Red Bull nur auf P3 landet oder Racing Point mit McLaren um Platz 4 kämpft oder Williams da unten ganz herauskommt. Das weiß ich alles nicht. Das werden wir in den kommenden Monaten sehen. Das soll es mit den News gewesen sein. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, damit ihr in Zukunft kein Video mehr von mir verpasst. Und denkt daran, liken und abonnieren bringt euch auf den neuesten Stand. Bis zum nächsten Video. Ciao.